Herzlich Willkommen zurück bei Monkey Island 2! Das ist Chuck 3 Rand! Ja, ich habe sehr lange nicht mehr gespielt. Aber jetzt werde ich weiter machen. Es ist ein guter Scheffel, aber ich kann nicht durch Cement mit dem. Haben wir irgendwie einen Press-Lof-Rammer oder Bomben? In einem Seigen? Ich glaube nicht, dass ich das mache. Ich bin dumm und blind. Ich nehme es. Ich blöde die Hände. Great, Scott! Sie sind da! Ich bin dumm und dumm und dumm. Das kam aus der Richtung von Dinky Island! Der Idiot muss mit meinem Grandfather zu schlafen! Ich hätte besser gehen. Ich bin da. Sie wussten, dass sie da ist. Ich kann nicht von hier erreichen. Liebesbombe, was habe ich denn? Das muss der Schmuck von Big Whoop sein. Was ist denn hier? Ja. Instructions. 1. Light fuse. 2. Throw it target. 3. Get ready for love. 2. 2. Das hat 42 Haken. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 4. 5. tiefen, Und ein bisschen langer Zeit. Jetzt zack. Jetzt zack. Das baue ich auch so schön warm. Warte, ich darf was machen? Ach. Bin ich da? Sorry. War ein Weg gehabt. Ich kann nicht ein Ding sehen. Was möchte ich mit ein paar Bisschen von geschlossenen Schäden? Ich kann nicht ein Ding sehen. Oh, das ist nicht schade. Buh! Eek! Hallo, Guybrush. Hi. Auf Wiedersehen, Lechuk. Du wirst mich diese Zeit nicht erinnern. Ja? Schau mich einfach. Nicht so schnell. Selbst wenn du zu erinnern würdest, würde ich dich immer wieder finden. Wir sind zu uns einander. Nein, nein. Wir dosen mögen Kaffee. Wir leppen den Levin. Wir dosen mögen Kaffee. Wir leppen den Levin. Wie Dreadlocks? Nein! Und ich habe eine kleine Überraschung für dich gebracht. Ah, das ist mein Bruder. Das ist fast schon die größte Überraschung. Wirklich kein Geschenk. Das wird mir gefallen. Ich glaube, das spätestens einmal. Will ich es Spaß machen? Nein, aber ich werde. Das ist etwas wie Pinn-the-Tail-on-the-Donkey. Hmm, etwas so. Das ist ein Voodoo-Doll, das ich benutze, um, zu TORTURE, und dann, zu einem anderen Dimension, einer von infinite Pain. Observe. Das ist ein Voodoo-Doll. Nein, ich will das machen. Das war sehr, sehr. Wir machen uns noch mehr, ob wir? Bitte, nicht mehr. Okay, Zeit, Ich werde dich schreiten. Ich werde dich schreiten. Ich werde dich schreiten. Das ist ein Voodoo-Doll. Das ist ein Voodoo-Doll. Ich werde dich schreiten. Ich werde dich schreiten. Ich bin nach einem Voodoo-Doll. Ich bin nach einer Voodoo-Doll. Oh, ich werde dich schreiten. Okay! Holy cow, these are my parents! Boy, does that look comfy. It's just an ordinary drawer. Where am I going to put a drawer? There's a syringe in here. I'm going to put it in here. No, I don't know. It has that austere but functional look. I'd love to, but I'm kind of pressed for time. I can't pick that up. That wouldn't be polite. Nice trash can. Oh, there's stuff in it. It's a pair of surgical gloves. It's my dad. Hmm, this looks loose. I've disturbed them enough. It's my mom. Hi dad! Hi mom! I'm gonna have seen. Now you're gonna get it! I know you're upset! Let's bury the head! Now you're gonna get it! Jeremy, has it is? It's full of root beer. What? All of them? I'll just take one. I don't want a whole box. There's loads of root beer in here. One bottle of root beer should be sufficient. They're little generic voodoo Kewpie dolls. That doesn't seem to work. This is no time to be playing doctor. I'd get everything all sticky. That wouldn't do anything. International House of Mojo. They're full of root beer. It's open. Now you're gonna get it. Are you sure you want to do this? Oh my God. Oh no. Oh my God. Oh my God. Oh my God. That's it. What happened to you? Oh my God. What happened to you? Ich muss noch ein Video anlaufen. Komm hier schon? Komm schnell hopp hopp. Ich muss noch ein Video anlaufen. Jetzt sind wir hier schon. Ich muss noch sein, das ist zu viel. Es ist zu schwer. Es bringt keinen Gehützlichen Erinnerungen. Ich hab das immer noch. Ich will das nicht aufreißen. Ich will das nicht aufreißen. Ich will die Kürger nicht aufwärtsen. Ich will die Kürger nicht aufwärtsen. Hallo? Ich denke, dass das sehr sportlich wäre. Das scheint nicht zu funktionieren. Das ist eine sehr klein Straße. Es ist festgelegt. Ich will nicht das nicht schrauben. Ich kann das nicht schrauben, Daddy. 900 lb. Service Elevator, 1,000 lb. I should push the little button. I think it's a bit heavy for me. 900 lb. It's nailed shut. I can't dig that, daddy. It says E on it. What do I want with a bunch of bits of broken treasure chest? What do I want with a bunch of bits of broken treasure chest? Boy, what a jib. Nice. Oh man. What? All of them? Yeah. Hey, there's only one balloon in here. Perfekt. Noch was. App. Alien Flasche. Stump Master Brand Stump Bomb. Guaranteed to prevent Stump Chafing for the active pirate. Wollte ich doch gar nicht. Aber das war gut. Yeah. ... Note that doesn't seem to work. Note that doesn't seem to work. Ich bin abhängig, ich bin abhängig. Jetzt werden sie es bekommen. Ich glaube es ist ein bisschen schwer für mich. Ich weiß, du bist aufschlössig. Oh. Hi. Es ist für der Typ, wenn ich jetzt nur rausgehe, ist er wieder da oder wie? Oder was? Oder wo? Man ist irgendwo anders. Danke. Ich muss nicht gleich beim Elevator sein, er soll nicht da sein, er soll nicht da sein. Nein. 900 lb. Ha! Kutcher! W-w-w-w-w-wait a second. Ich muss das nicht vorstellen. Wie, trarch mich mit dem Help? Motto. Wenn ich ihn sehe, kann ich für dich nehmen? Da muss ich lieber der Bl impedance werden. Ah, dasadage! Das war's für mich. Das war's für mich. Umm... poor Dad. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Huh? That doesn't seem to work. I better not. I don't like loud noises. That wouldn't do anything. I better not. That doesn't seem to work. I'd get everything all sticky. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. There are no more matches, it's open. There are no more matches. There's no more Cracker Mix. Das war die blöden Anleisungen. Ja, lasst mich. Es ist nur da für da. Was? Was ist denn ein Tashentuch? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dann kann ich Ihnen doch was geben. Was ist denn das Voodoo Ding? Wo ist denn das Voodoo Ding? Was brauche ich für die Voodoo Sache? Was? Was? Ich verstehe... Das scheint nicht zu funktionieren. 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 Das ist so doof. Ich bin Bobbin Dreadbear. Du bist meine Mutter? Was? 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 Was darf ich tun? Was darf ich tun? Ich habe dem Scheißgerl doch jetzt... Something of a head, something of a thread. Was? Soll ich ihm jetzt eine Haare ausreißen oder was? Mal wieder hier oder da? Ich weiß nicht mal ob ich die brauche oder nicht. Ich bin so... Ah ja klar. Ich kann das echt frustrieren. Weil ich nichts verstehe. Nein. Ich habe doch alles. Ich habe so eine Rotze. Ich habe eine Kackvoodoo Puppe. Ich habe das von dem toten Papi, weil wir ja Brüder sind. Mit dem Faden kann man bestimmt das Seil nehmen. Ich habe doch alles. Warum funktioniert das nicht? Ja ist klar. Ah! Gotcha! There's no need for violence! Let's bury that! Now you're gonna get it!